Ok, dann, und Lisa, meine Stimme, sieben Steps, ja, alle bereit, Lisa versteckt sich immer hinter mir, okay, egal, das ist mein Schatten, so, wir legen los, wir marschieren am Platz, auf 1, öffnen und schließen, die Beine auf eine Linie, rechts, links, rechts, rechts, andere Seite, links starten, links, rechts, links, rechts, rechts, Noch hier lang. Mal fast, wir騙 uns mit Flüten. Noch einmal. Komm, jetzt bis auf! Ruh in den Schrauben! In den Schrauben! Alle Zwischenplanungen mit den Armen. Noch viermal. Einmal. Zwei. Jetzt wieder am Boden. Löffnen, schliefen. Hier geht's lieber in die Knie. Großer Schritt. Noch viermal. Und wieder links. Links, rechts. Und wieder links. Löffnen, schließen nach dem Boden. Viermal. Dreimal. Zwei. Die Arme gehen vor und runter. Löffnen, schließen. Die Arme zur Seite. Gleich ein bisschen was für den Kopf. Die Arme gehen vorne, vorne. Viermal. Die Arme jetzt öffnen, schließen. Auch eins. Großer Schritt. Die Step. Das wird immer besser. Öffnen, schließen. Beine drei, gleich zwei Steps. Noch mal die Steps. Wir gehen hoch. Und öffnen, schließen. Die Seite. Viermal. Drei. Zwei. Zwei. Die Hüpfchen ablatschen. Im Kopf hoch schalten. Rechte Seite. Marschieren. Die gleiche Hüpfchen. Und wir üben nicht hier auf rechts. Viermal. Okay. Öffnen, schließen. Bleib am Boden. Großer Schritt. Die Steps. Die Arme gleich. Dazu. Groß, groß, groß. Genau. Öffnen, schließen. Hüpfchen. Beine beugen. Hüpfchen. Hüpfchen. Viermal. Drei. Zwei. Und wieder auf den Boden. Arme entspannt. Rechts, schließen. Rechts, schließen. Hüpfchen. Hüpfchen. Rechts, schließen. Hüpfchen. Sehr gut. Die Arme anpassen. Hüpfchen. 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 Drei Mal. Drei Mal. Die Steps. Super. Noch eine Runde. Und die Steps. Vier Mal. Wunderbar. Auf und auf. Afflaus. Atem. Körperspannung, überall und lächeln. Viermal. Drei. Zwei. Friedbeater. Ihm wechseln. Drei. Drei. Wechseln. Weiter geht's. Noch zweimal mit Peter. Noch eins. Wieder Knielis auf eins. Die Arme gerade Fäste schließen. Fäste, Arme. Nimm die Wege davor. Und die Arme in Wechsel hoch und runter. Gerade Ellbogen. Jawohl. Noch einmal. Drei. Zwei. Ab und auf. Marsch am Platz. Abstellen. Einmal. Ja. Ja. Super. Also unser erster Block fängt an, in dem Schritt. Öffnen, schließen. Und wir bleiben am Boden. So wie gut. Dann kommt Fäste. Okay. Und dann die andere Fäste. Also. Alle Läge. Schon mal vorbereitet. Wir fangen hier an. Die Arme beim Öffnen, schließen. Hier beim Fäste. Ja. Die Arme beim Öffnen, schließen. Die Arme beim Öffnen, schließen. Noch einmal. Basic, auf dich. Wir bleiben bei Basic. So, und so, genau. Nochmal alles zusammen. Öffnen, schliessen, links, starten. Zieh für die Knie, gehen roter Schritt. Links, Flippstirp. Viermal. Gleich. Zwei. Knie links, Arme fest. Knie wieder. Insgesamt dreimal. Noch zwei. Noch eins. Basic, rechtes Eichen. Durchatmen. Rechts, links, jawohl. Vom Anfang an. Durch den Schlitz, rechts. Hier. Bitter. Arme gehen vor und runter. Jetzt nie wieder. Hier mal. Feste Arme. Alles mit Spannung. Mit Nieder. Noch zweimal. Noch eins. Für die Knie. Basic auf links. Bleiben. Durch die Knie. Durchatmen. Bereits vom Anfang. Nochmal. Öffnen, schließen. Links. Wir haben die Niederseite. Wechseln. Fiste. Arme gehen vor und runter. Sehr gut. Knie ließ. Viermal. einen ein und zwei ein und sie ist sie ist sie sind sie Jetzt bleiben wir bei Fiesi. Achtung. Repeat das ganz normal. Lieber in Wechsel. Und andere Seite. Drei bei Knie. Wechseln. Perfekt. So, schau so. Wir machen gleich einen anderen Schritt heraus. Also im Mitte ist der Basic Schritt. Knie, Bein nach aussen und Knie. Knie, Bein gerade aussen und Knie. Genau. Einen Knie. Einmal legt zur Seite. Und zurück. Außen. Jawohl. Viertelstuch mit Spannung. Weiter üben. Knie außen. Knie. Sie alle so wie die Beine. Beugen. Strecken. Beugen zurück. Uh. Uh. Immer weiter. Wir üben. Ein Knie. Left lift. Knie zurück. Die Knie starten. Die Knie liegt beendet. Uh. Noch vier Mal. Alles fest. Mit Spannung. Die Arme wieder auf. Noch zwei. Noch eins. Super. Auf und auf. 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 Diesen Schritt oder diese Knie machen wir. Starten ruhig wieder. Auf und auf. Drei Mal. Sehen. Sie marschieren nach rechts. Rechts. Seite. Auf und auf. Jetzt geht's hier los. Und wir kommen einfach an. Mit Öffnen schließen. Bereit. Fluch ins. Arme strecken und beugen. Auf und auf. Auf und auf. Vier. Vier. Sechs. Vier. Vier. Vier Mal. Feste Arme. Und lang. Vier. Wechsel hoch und runter. Vier. 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 Und die Knie gleich. Vier. 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 Und zurück. Noch zwei Mal. Vier. 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 Wie sieht der Pompi? Knie, Flip, Knie. Gut, noch zweimal. Klasse. Basic. Wolltest du das auch mal machen? Ja. Weil du so Spaß machst, ja. Ich mag nichts. Wir marschieren am Platz. Lächeln rein. Durchatmen. Mach besser auf. Wir brauchen Sauerstofftrinken. Gleich geht's weiter. Aber wie du so schnell Sauerstoff verbrauchst. Machst du das? Danke dir. So, ich sehe auch was. Komm schon. Nicht hinsetzen. Bei Kato nicht hinsetzen. Lieber in Bewegung bleiben. Okay. Ist nicht so gut fürs Herz. Kannst du rechtliche Pause machen? Ich glaube es gut. Kannst du noch den Link? Okay. Sind wir? Rechte, zwei. Machen wir alle rechts. Rechts. Links. Rechts. Okay. Noch mal alles zusammen. Öffnen. Schließen. Rechts. Schließen die Knie. Großer Schritt. Schließen. Sehn. N�. Schließen. Drei Mal. Schließen. Teste lange. Arme. Repeat. Das kommen wir jetzt? Arme wieder. Noch zweimal. Knees. Liniz. Knees. Knie noch eins. Nehmen Sie. Achtung, ihr macht den Armbruch mit den Beinen. Armbruch vorne und hinten. Einmal geht ihr Fuß zum Step, einmal geht ihr Fuß zum Boden. Beine laufen immer im Wechsel. Perfekt. Wir gehen auf die Seite. Und von einer Seite auf die andere. Perfekt. Wir ziehen den Arm ein bisschen mit Stoff und Wettbewerb. Ein Kreis machen. Noch viermal. Drei. Zwei. Marsch am Platz. Letzte Seite. Diesen Schritt bauen wir am Ende ein. Ganz einfach. Mal öffnen, schließen, setzen. Mit Biesse. Viermal. Super. Ili, viermal. Mit Biesse. Super. Ili, viermal. Mit Biesse. Weiß. Ili, viermal. Ich bin schon weiter. Jetzt nach oben. Viermal. Drei. Wir gehen auf die Seite. Seite, Seite, Seite und eine Seite auf die andere wechseln. Jawohl. Sehr gut. Öffnen, schließe, linke Seite. Hand und Spannung. Wie ist der? Knee, linke, lange, arm. Repeat the four, mir. Noch zwei Mal. Mir, linke, knee. Und dabei. Mal, sehr easy, sorry. Mal, move. Und humble, scha, scha, scha. Und eine Seite auf die andere. Jawohl. Durch abdrehen. Noch mal alles zusammen. Rechte Seite. Öffnen, schließen. Liste. Knie, riecht, es geht weiter. Vier Mal. Mit Mieter-Kombi. Arme mit Spannung, alles aktiv. Sieh, links, Knie noch einmal. Sech, riecht. Linkes Bein. Mal, hoch. Wir gehen gleich auf die Seite. Vorbereiten. Mal, scha, scha, scha. Wir gehen nach hinten. Links. Mit hinten rechts. Vorne links. Und noch mal. Öffnen, schließen. Links. Start. Feste Arme. Gibt's da. Hier, macht's gut. Drei. Zwei. Knie, riecht. Sehr gut. Triebieter-Kombi. Knie. Knie. Und Knie noch zu sein. Atmen. Gleichmäßig. Basic zweimal. Rechten Seite. Jetzt sind wir nur bei rechts. Wir sind zum Schluss. Mal, hoch. Vier Mal. Vier Wechsel gleich auf die Seite. Und irgendeiner hinten. Mal, scha, scha, scha. Vorne rechts. Fiensten, linker Fuß am Boden. Boden vorrücken. Rechts, rechts. Links, links. Genau. Öffnen, schließen. Rechte Seite. Drei noch. Fett. Fieße. Wie man? Drei. Zwei. Knie riecht. Juhu. Vier Wieser-Vormi. Lassenkörper einsatz. Wie immer. Noch einmal. Basic zweimal. Liebesbein. Mal, hoch. Gleich auf die Seite wechseln. Noch zwei vorbereiten. Es geht nach hinten. Man, hoch. Cha, cha. Man, hoch. Cha, cha. Noch einmal. Wenn man sich jetzt baut, ihr den Weg mit ein. Marsch hier. Drei. Zwei. Drei. Uff. Man, das macht es so richtig. Ja. Ich würde immer näher zum Spiegel. Drei. Zummerz, na ganz. Wirf, den Schließen. Drei. Wieser. Niemal. Drei. Drei. Knie lieb. Knie lieb. Knie lieb. Noch 2 mal. Knie lieb. Knie. Noch 1. Sehr gut. Bis zum Schluss gehen wir mit rechts. Mambo. Probieren Sie. Wenn es geht, drehen Sie. Ganz normal bleiben. Mambo cha cha cha. Mambo cha cha cha. Mambo cha cha cha. Immer weiter. Ein höchste Stipp. Okay. Füßen entschließen. Rechtes Bein. Wir sind weiter, weiter, weiter. Füßen entschließen. Drei. Zwei. Knie lieb. Vier. Uh. So noch weiter. Riechita. Komm mit. Das war Applaus für uns von außen. Von der Natur. Langsam. Vier. Komm mit. Wierig bei Mambo. Hier mal. Pfie lexel nachdem saveisen. Mambo cha cha cha. Mambo cha cha cha. Genau. Bist du sieben hier und hier. Mambo cha cha cha. Mambo cha cha cha. Nochmal. Füßen und schließen. Riech das Bein. Genau. Füße. Klapp. Knie lieb. Füße. Bein beugen, Arme auf. Bein strecken und die Arme strecken. Zwei Füße. Weck zwei. Vamos, Dios. Auf die Seite wechseln. Vamos, cha cha cha. Vamos, cha cha cha. Weiter. Noch zweimal. Amma. Cha cha cha. Und schon sagen, wir machen die Briefe. Oh, das ist mir nicht so. Und riech das Bein. Und öffnen, schließen, rein. Okay. Füße. Wadig. Knie lieb. Genau. Füße. Wie ist das Kombin? Knie, lift, Knie. Noch einmal. Bensig links. Noch einmal. Mammel hier. Obereiten. Im Kopf, obereiten. Wenn das geht, die Drehung dazu einmal. Fien und zurück. Mammel, scha-cha-cha. Und jetzt einfach Dirk und Alter. Mammel, scha-cha-cha. Noch einmal. Noch einmal links. Zum Anfang. Bensig links. Liste. Einmal. Immer glücklich. Knie, Vierterkombi. Noch zwei. Noch eins. Komm weiter. Zwei Fesi. Rechte Seite. Wir bleiben auf sechs. Mammel hier. Auf die Seite. Bereiten. Mammel, scha-cha-cha. Noch einmal. Mammel, scha-cha-cha. Jetzt diagonal bleiben. Step. Und Knie nach Boden. Noch eins. Letzte Runde. Vollgas. Rechte Seite. Öffnen, schließen. Sehr gut. Biste. Knie, Lies. Immer weiter. Riecht wieder. Komm, wir. Beugen. Strecken. Beugen. Noch zwei. Noch eins. Bensig, zwei. Linke Seite. Mammel, scha-cha-cha. Links, links, links. Okay, genau. Komm, wir rein sind. Wenn es geht, wir machen. Mammel, scha-cha-cha. Und jetzt Step. Oder ganz normal Diagonale. Diagonal. Alles zusammen. Mammel, scha-cha-cha. Noch eins. Aus, entlang. Wunderbar. Marsch. Die Luft kommt jetzt nicht so rein. Mammel, scha-cha. Die Beine gut. Okay, das passt. Bisschen was trinken. Bitte bleiben in Bewegung. Wollen wir diese Drehung ein bisschen üben? Ja. Ja? Sobald wir langsam zeigen. Moment. Das ist mir krass, damit ich nicht gegen den Spiegel laufe. Einmal nur zuschauen. Mambo, cha cha cha. Das ist das, was wir normal machen. Mambo, cha cha cha. Jetzt kommen die Drehung. Mambo, cha cha cha. Lauf, lauf, lauf. Mambo, cha cha cha. Das heißt, wir machen nur einmal Mambo. Zum Schluss drehen wir viermal. Und dann kommt Mambo noch einmal. Wenn wir das normal machen, haben wir das viermal. Mambo, Mambo. Einmal. Zweimal. Also auf jeder Seite. Einmal Mambo. Und drehen, drehen, drehen. Mambo. Und wir haben wieder Fußwechsel. Einmal. Wenn wir jetzt hier mit rechts starten. Mit Mambo. Rechtses Bein. Viersten ist Mambo links. Und dann kommen wir zurück. Rechts. Cha cha cha. Drehen, 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 drehen. Lauf, 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 lauf. Beim Drehen machen die Beine nichts für das. Ich mache schwer. Aber sie drehen kann einfach. Ja? Genau. Da brauchen wir kein Alkohol, gell? Okay. Jedes probiert es für sich so schnell oder so langsam wie es geht. Ein. Mambo. Cha cha cha. Lauf, 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 lauf. Mambo. Step. Lauf, 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 lauf. Mambo Step. Drei Tinder. Drei Tancen. Schiwi. Ne? Also der erste Teil ist Mambo cha 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 cha. Und wenn wir dann Mambo machen würden, normalerweise wenn die diagonal gehen, dann gehen wir gleich in den Marsch und mit der Drehen. Lang Lew. Mambo. Cha cha cha. Dann ist linkes Beindrag laut. Lauf. Wie wir in die gleiche Richtung drehen. Und jetzt geht der Step am letzten Schritt wieder hoch. Mambo. Cha cha cha. Rechts, links, rechts, links. Genau. Und wir drehen schon so ein Bauch, dass du wieder vor dem Step bist. Dann ist einfach. Mambo. Cha cha cha. Drehen, drehen, drehen. Mambo. Cha cha cha. Drehen, 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 drehen. Mambo. Cha cha cha. Die größere Schritte, damit wir nicht über das Netz steuern. Noch einmal. Mambo. Cha cha cha. Lauf, 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 lauf. Mambo. Cha cha cha. Lauf, 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 Marsch. Jetzt spüren wir dich ein bisschen ohne zu drehen. Einfach mal. Einfach sicherer. Ja, dann geht's. Ja. Genau. Und bist du dann links wieder auf dem Step nicht machen? Damit du zurückkommst. Ja. Schau mal. Rechts, cha cha cha. Ham, 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 ham. Links, cha cha cha. Ham, ham, ham. Rechts, cha cha cha. Links, 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 rechts. Links, cha cha cha. Links, 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 links. Mach immer so sechs. Und die letzten vier Schritte. Wupp, 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 wupp. Und dann sind wir wieder da. Ganz einfach. Linke Seite. Wir üben links. Mambo. Dann hätten wir uns zu einem Drehen. Ja? Jetzt seid ihr in ein wenig zu verdrehen. Also, linkes Bein. Mambo. Cha cha cha. Lau, 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 lau. Mambo. Cha cha cha. Lau, 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 lau. Mambo. Cha cha cha. Jawoll. Mambo. Cha cha cha. Marschieren. Dieser Cha 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 brauchen wir, äh, denn der steht dazu, dass wir auf die Seite zum Step kommen. Und dann geht's eins, zwei, drei, vier. Ja? Cha cha cha. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Nein. Fünf. Das ist das erste Schritt wieder für den zweiten Block. Äh, äh, lau. Ja? Linke Seite noch eins. Mambo. Cha cha cha. Meinen, zwei, 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 zwei. Ein, zwei, drei, vier. Mambo. Cha 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 cha. Eins, zwei, drei, vier. Mambo. Cha cha cha. Eins, zwei, drei, vier. Gut. Mambo. Hu 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 hu. Eins, zwei, drei, vier. Wie noch einmal? Lieber nicht um die Fälle. Marschieren. In rechts, in rechts, in rechts. Hast du ein bisschen geklafen bei euch? Ja? Ja? Besser? Ja. Wir probieren uns einzubauen, oder? Ja. Und zwar immer wenig, zwei Mal. Machen wir uns jemals vorbereiten. Dann die Drehung einmal füllen und zurück. Und zum Schluss die Algonade, damit wir wieder vorne bleiben. Ja? Damit wir nicht zu verdrehen sind. Ja? Und dann die zweite mit dem nächsten so. Wir haben noch Seitenrechte. Linke Seite. Marschieren. Ich bin so gespannt. Hier auch, oder? Ja. Alles klar. Öffnen, schließen. Links. Große Schritte. H intelligence. Größte. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Drei. Nied. Hier. Noch zwei. Noch eins. Rechte, zwei. Viermal Mambo, rechts. Lange nach der Seite wechseln. Obereitär. Noch eins. Mammbo, cha-cha-cha-mi, drehen. Viermal Mambo, rechts. Mammbo, cha-cha-cha. Lauf, lauf, lauf. Mammbo, rechts. Diagonale. Mammbo, cha-cha-cha. Mammbo, noch mal. Dürfen und schließen. Wechseln. Zieh mit dir. Viermal. Drei. Zwei. Und Nidig. Vier. Viermal. Noch zwei. Noch eins. Beugen, strecken, beugen. Mech, linkes Bein. Mammbo, links. Viermal. 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 Links. Viermal. Yet, da ist das ja noch besser als émer favourite. Das gibt es ja kaum noch. Oder kaum hinter dem. Nochmal. Die letzten zwei, wenn beide Seiten durchmachen, dann sind wir fertig. Jetzt ist links. Also erst bevor wir machen alles mit links, dann setzen wir auf rechts. Ja? Achtung. Jetzt geht es drückend im Schlitz. Links, rechts. Liste. Drei. 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 Eine ganze gerade. Drei Meter von mir. Jetzt gehen wir ruhig. Streck. Noch zwei. Drei. Noch eins. Drei. Drei. Vier mal. Sechs. Auf die Seite. Drei. Laufen. Und vier. Drei. 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 Diagonal. Sechs. Links. Drei. Noch mal. Drei. Drei. Dösten. Drei. Das ist fein, geil, genau, okay. Speed, step. Sehr gut. Knee, lieb. Repeat, da kommen wir. Noch eins. Finsicli. Finsicli. Mambo, links. Niemals. Aufsitai der Maschine. Direkt ja. Und mit Rind. Mambo, cha-cha-cha. Lau, lau, lau. Links. Sehr gut. Lau, lau. Diez und nach. Links. Fest, festeck. Marsch am Platz. Sind wir zufrieden? Gut. Super. Du hast ohnehin auch geklappt, einigermaßen. Also besser als am Anfang. Gut, super. Puh. Also es sind alle weh. Sehr gut. Ganz im Schwach. Sechs. Weg. Dreh das Kopf ein bisschen mit. Zieh einen Arm in die Länge. Zieh einen Arm in die Länge. Viermal. Gleich. Kleinere Bebiegen. Ohne Arme. Step. Und jetzt ganz entspannt, tanzen. Dinko. Weiter fischen. Beine zusammen marschieren. Geh ein bisschen in die Knie. Zurück. Und noch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zurück. Sehr gut. Noch mal wieder nachher. Zurück. Marsch am Platz. Rechts, rechte Seite. Die Beine schultern. Die Beine. Die Leiden stehen. Und die Hüfte kleiden. In eine Richtung. Genau. Ich wechsle mal. Ihr bleibt so wie ihr seid. Andere Seite. Durchatmen. Wir schwitzen weiter. Noch ein paar Mal kreisen. Die Beine schultern. Das geht in der Mitte. Die Arme gehen hoch. Rechten Arm runter. Link ein bisschen mehr zur Decke ziehen. Spür den Zug zwischen beiden Armen. Hier werden wir länger auf der Seite. Ein bisschen nach Bremsbeuge. Die Arme noch mehr auseinanderziehen. Mit Rechten runter und links hoch. Langsam wieder zurück. Beide Arme zur Decke. Atme ein. Wir wechseln. Atme aus. Die Arme wieder schön lang ziehen. Folgen ein bisschen mehr nach links. Atme weiter. Spür den Zug aus. Langsam wieder hoch. Beide Arme. Nochmal die erste Seite. So wie ich sie ganz bewusst die Dehnung spüre. Die Arme auseinanderziehen. Wie ich die Bummi auseinanderziehen. Wieder zurück in die Mitte. Beide Arme zur Decke. Atme immer weiter gleichmäßig. Letztes Mal nach links. Ruhigen. Die Dehnung steigen. Wieder in die Mitte. Hände zusammen. Und die Armfläche nach oben gehen. Hüfte kreisen. Und die Arme nach oben gehen. Hände strahlen. Spür die Bewegung. Spür deine Hüfte und die Arme. Knie sind gerade. Versuch jetzt alles in die andere Richtung zu gehen. Jawohl. Bleib in der Mitte. Die Arme wieder öffnen und langsam runterbringen. Hände hinten schlussend. Die Arme zur Decke hoch. Atme sie ein. Kopf geht runter. Die Hände zum Popo. Entspann die Arme. Beim Strecken wieder einatmen. Die Arme zur Decke. Gerade Rücken. Langsam wieder ausatmen. Nochmal. Hüfte im Rücken. Der Kopf geht runter. Der Kopf geht runter. Ein letztes Mal. Atme sie ein. Und atme wieder aus. Hände öffnen. Hände öffnen. Arme nach vorne bringen. Hände öffnen. Also wieder aufrichten. Perfekt. Hände zusammen. Wir sagen alle Danke dem Step, das es dann gibt. Wir sagen Danke an euch, für's Mitmachen. Einen schönen Abend. Dankeschön.